So, hallo und willkommen zurück zu Gears 5. Ja, so wie es aussieht, das letzte Kapitel. Ich lasse es laufen, wenn es aber eine Stunde überschreitet, werde ich es dann im Nachhinein schneiden. Nur damit ihr von Anfang an bescheiden wisst. Also, let's go. Oh yeah. Und falls das jetzt nur so eine 10 Minuten Aktion wird, klebe ich das ans andere dran. Oh fuck. Sauber. Da habe ich was für. Ja. Oh yeah, Bot, bitte lass uns den steuern. Ne. Wagen? Welcher Wagen? Da frage ich mich auch. Wir sollen doch durch das Gebäude, aber... Ah, hier ist Kletterzeichen am Auto. Achso, er hebt uns hoch. Auf jeden. Jop. Wir haben hier eine Menge Wärmesignaturen. Na, wegen dieser ganzen Verantwortung, glaube ich, ich hatte immer eine Diener auf. Der darf nicht an die Wand. Wir müssen da raus. Los jetzt. Oh nein. Verflucht. Da ist ein Swarmack. Hey, der Peilsender. Wir brauchen den Hammer. Negativ-Legativ-Legativ-Legativ-Legativ-Leg aufheben. Passieren im Gebäude auf der anderen Hochseite. Willst du mich verarschen? Warum? Wir müssen die Abdeckung aktivieren. Darum. Okay, wir müssen da rüber. Okay, Dirk. Wird erledigt. Hey, Lima. Lenk das Ding ab, damit wir vorbeikommen. Roger, Delta. Ich lenke ihn ab. Hey, Arschloch. Hier rüber. Ich hab mein Junge wieder in Deckung. Upgrade, tätliche Überladung. Moment. Was kannst du machen? Was ist denn hier? Dann lass es mal frei, Herr Hänger, Baby. Barriere. Wie kann ich die austauschen? Dauer, Kugel, tödliche Überladung. Keine Ahnung, wie ich die da hinpacke. Was ist denn hier? ich mache den dicken ich habe ihn angelegt bitte nidler ok hier runter komm ich nicht rüber da warte war da leert hast ich kann und rüber bin drüber leertaste und w geht durchs tor ollie hinter dir ich muss aber dahin sehr gut hab ihn er hat ihn können wir mit granaten eindecken warte mal ich stelle mal die abgerätzung ja ab ihn gleich dauern aber keine granates mehr schöne puls den gut warte mal ich kann mal sagen kuh dieses ziel genau jetzt schießen alle mit drauf auf der bot wenn ich den markiert habe schießen alles gleich dauern und fertig ich bin dabei braucht deckung bin dabei braucht deckung bin dabei braucht deckung sender bereit ich sehe das signal schlappt euch die zielle mit dem laser die satelliten machen den rest ich bin das ziel ich komme wieder hoch das ist ja praktisch okay es ist praktisch also dafür haben wir übrigens die rakete gebaut damit wir solche aktionen machen können das macht spaß was auch uns gelesen nein da lagen noch zwei welcher hier wo ich stehe hammer der moderni oder so genau brauchst du nur mit rechter maustaste anvisieren und linke gedrückt halten und dann kommt der hammerschlag voll geil wo geht es denn lang absturz stelle hier drei schwärmt aus ich bleibe zurück und schütze denn schon nach da hinten wir sehen uns dann drüben auf jetzt haben wir markern soeben war das noch hier die steht noch darum ja wir schützen ja den sender da vor mir ist aufgetaucht ja schon gleich heute gucken ist ein overkill gewesen also Leise man. was war das jetzt bergen richtig ja muss wohl jetzt richtig was los ja hab wieder den marker du kannst die nicht mit der waffe mit dem messer machen die füße weg zu schießen dann explodieren die da geradeaus vor uns hütten wir sind auf dem Weg fettet, haltet durch! geht nicht okay und die scharfschützen und die drohnen vorziehen der schockfalle gesendet scheiße man ziemlich zurück ohne down wow ok ich weiß aber ich musste erst mal weg von dem krim ist ein launcher das war's jetzt zu paddock sei will ich dir was das denn hier kann die überladungsbombe sein ich bin gelegt hatte da hoch müssen wir wo jd ist hier über die mauer da ist keiner hat eine kettensäge mit ich kann es auch mit meinem messer geht auch mit dem messer ich mag den lancer wir sind jetzt auf dem weg zu ihm konzentriert euch auf den sender alles andere ist nebensäglich das stimmt verstanden na los rein da los jetzt nimm die andere seite granat lancer komm nicht da runter ok kann man jetzt da runter hier hier auch shit kommen wir direkt aus der hölle bodenlöcher die kommen wir direkt aus der bodenlöcher das hier 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 Hapsi! 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 Okay. Ruhiger aus! Hab ihn. Ah, da hinten sind wieder zwei Punkte. lenz am abrost und lenz hat super nur hammer brust oder lenz verlicht in der mitte überall ich habe alles ich hatte so viel lenz am uni gesammelt deswegen hatte ich jetzt wieder zurückgewollt ja wir müssen darüber einmal durch die mocke oben ich nehme doch mal dicke ding weil ich noch ein dickes nicht los Oh, down. Danke. Ich bin down. Ich bin down. Ich bin down. Vorsicht! Scheiße, noch ein Mess. Aufbauen! Achtung, brechen, ranken! Viel aufgestalten! Menschlich gewonnen! da ist wieder was dickes zwei dicke hier ist abgestürzt nein deswegen geht hier auch gerade nichts mehr ist aus das spiel oder was jetzt geht es mir ich habe nicht gekriegt ich brauche mal deckung der wird doch schön hinter uns hier die ganze zeit eingehört aber kein gesehen hier hinten ist einer markieren doch einfach ich will deine waffe und jetzt verreckt danke jetzt nur noch er da ich war auch hin hatte schockfalle dann kann man abknallen jetzt gibt vollgas ich hab da noch was für dich mein dicker jetzt schon sein helm los kommentar wir haben schild gerufen man wer lässt sich aber diesmal echt schwer killen ab ihn er war diesmal echt schwer zu hier ist irgendwas und hier irgendwas machen hier ist der punkt kannst du auch mal hier hochkommen elite jäger ja es markiert dann kommen wir mal hoch hier aufs display oder was hat ist hier sollen wir irgendwas machen es zeigt mir genau diese stelle hier an da muss unser vorziehen mit dem ding hin oder du oder so keine ahnung genau hier erledigen sie alle gegner im grab also alle gehen muss auch weiner sein hab ihn zum granat fußi down woa gut wir sind hier fertig paddock alles klar ich hoffe schon schlimme betage der sender steckt im ravengrad fest vielleicht kriegt dein toaster das ja hin ist ja nichts aktualisiert näh ne doch ne bergen sie peilsender des echo trupps ok also müssen wir irgendwie nach da oben kommen hat er gesagt ne oder was nur eine zeit bei ihm ja er hat doch was gesagt hey jack soll den peilsender holen ja hier die tür wird wohl sein oder ne wer ist denn jack jack ist der roboter aha ähm ah hab's hab's anvisiert das ist das ding was da runter hängt achso danke jack jetzt platzieren schwerer als er aussieht krass was unser plan war den sender über dem grab zu platzieren tut das ich verteidige die vorderseite oh und falls ich sterbe war gar nicht so übel mit euch zu arbeiten gleichfalls paddock gehen wir delta hab ich den kack sender an die schleppe hier oben hin hier oben ist auch mumpel hm setzt da hol dir die mumpels ich glaube jetzt können wir wieder mit der mit der laserfalle arbeiten mit der hammer hammer der morgenröte licht hier ja den suche ich doch hier ja funktioniert da ist wieder so ein dicki oh ey bis zerfetzt bis zerfetzt gehen wir kommen am besten genau hier hinter so einem grab stein ja so dicki doch schon wieder Mann, die halten echt so einen Hammerschlag aus. Da kommt noch ein Dickie. Feind ausgeschaltet. Andererseits ist auch noch ein Dickie. Ja, das Ding hat eine Abklingzeit. Und ich bin down. Brauch schnell eine Heilung. Ja, hallo. Gut. Danke. Sprenger. Ach du scheiße, eine Menge Sprenger. Mehr für uns zum Glück. Bleib bloß. Unglaublich, was die Ausweite weg darf. Unglaublich, was die aushalten. Die Waffe hat einen ganzen Planeten aufgefetzt. Die Springer habe ich. Er ist bei mir, ich mache schon. Da ist noch eins in den Trümmern. Geil. Das sollte der letzte gewesen. Geil? Mhm. Hat er geschrien. Berg, wir sind hier fertig. Sind die Palsender synchronisiert? Oh shit. Falls nicht, solltest du dich lieber beeilen. Oh, keine Sorge. Ich sehe sie. Wow. Sehr präzise. Wirklich präzise. Guter Schuss. Oh scheiße. Na, der kackt vor. Ja, schon wieder. Toll. Ich hab dir damit nur noch mehr. Der Sender! Siehst du das auch? Mhm. Du hast uns enttäuscht. Uns enttäuscht? Was bist du? Wir sind, was du hättest sein können. Du siehst vielleicht so aus, aber du bist nicht meine Mutter. Hell, jetzt! Wir sind vervollständigt, verbunden, unsterblich. Du hattest die Wahl und du hast sie vergoldet. Lebendig oder tot, du gehörst zu uns. Äh? Ich sehe kein Messer fliegen, aber es ist Slow-Mo. Wen möchten sie retten? Ach so. Oh. Du hast deine Wahl getroffen. Nein! Ihr alle werdet sterben. Nein, 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 nein. Okay. Was kap so? Jau, ich hab schon. Ah! 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 Ah. Kate, wieso hat sie, ich kann, es tut mir so leid. Ich, ich weiß, ich weiß, es tut mir so leid. Er war auch mein Freund. Ja. Aber wir müssen jetzt los. Jack, mach uns bitte Licht. Jetzt suchen wir einfach einen Weg raus. Selbst der Bot sieht geknickt aus. Ähm, raus. Ich brauche mal einen Moment. Ähm, ja gut, okay. Dann sage ich an der Stelle, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der nächsten wieder. Und das wird dann ziemlich sicher die letzte sein, will ich hoffen. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.